Kapitel 9 Digital DJ Frauenhofer sei Dank Der 14. Juli 1995 hat den Musikmarkt und damit auch das Auflegen radikal verändert. Denn an diesem Tag wurde für das Format ISO MPEG Audio Layer 3 die Abkürzung MP3 festgelegt. Das Frauenhofer Institut hat ein Verfahren entwickelt, welches die Komprimierung von Audiodaten mit einem sehr hohen Faktor möglich macht. Das wiederum hat neue Wege im Umgang mit Musik eröffnet. Glaubensfrage Bis vor einigen Jahren lautete die Glaubensfrage unter Disch-Jockeys CD oder Vinyl? Durch den rasanten Aufstieg des Mediums MP3 haben die gute alte Schallplatte und der Silberling CD mächtige Konkurrenz bekommen. Ich kenne aber auch heute noch Kollegen, die eine Abneigung gegen MP3s haben und auf Vinyl schwören. Weil es ihrer Meinung nach das einzig wahre Medium für einen DJ sei. Ich hatte ein Erlebnis mit einem Gast in einer Diskothek, in der ein junger Mann zu mir sagte Du legst gar nicht mit Vinyl auf, du bist kein richtiger DJ! Er war gerade 18 geworden und ich erklärte ihm, wie lange ich den Job bereits machte. Dass ich eben mit der Zeit gegangen wäre und dass es wichtiger wäre, was aus den Boxen rauskommt und nicht, woher die Musik käme. Es ist schon seltsam, dass gerade die internationalen Top-DJs seit Jahren mit CD auflegen und mittlerweile auch überwiegend mit dem Laptop oder einem USD-Stick zum Gig erscheinen. Sie haben das Zeichen der Zeit erkannt und sind auch diesbezüglich Vorreiter. Das lässt sich auch daran ablesen, dass sie einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von CD-Playern und DJ-Software haben und den Firmen als Berater zur Seite stehen. Vorteile Früher musstest du als DJ schwere Plattenkisten oder CD-Koffer schleppen. Da liegen die Vorteile des Digital-DJing klar auf der Hand. Kein Schleppen mehr, kein ewiges Suchen nach der richtigen Platte und auch das Vergessen von Tracks ist somit kein Thema mehr. Du benötigst quasi nur noch ein leistungsfähiges Notebook, ein Controller, ein DJ-Programm und schon bietet dir die Arbeit mit MP3-Files nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es auch gute Hardware, die das Abspielen von MP3s direkt von der Festplatte, dem iPod oder von CD-ROM ermöglicht. Auch für Vinyl-Junkies gibt es Lösungen, die das Mixen mit dem Plattenspieler ermöglichen. Geringe Maße, wenig Gewicht, hohe Speicherkapazität und geringer Verschleiß sprechen außerdem für den Einsatz von digitalen Medien. Hardware Als Hardware kannst du reine MP3-Player oder CD-Player nehmen, die CD-ROMs abspielen können oder an denen eine Festplatte oder Speicherkarte angeschlossen werden kann. Zur Hardware gehört natürlich auch ein Computer. Mit Controllern und Timecode-Venyls oder CDs kann man zusätzlich die DJ-Software steuern. Mittlerweile haben alle namenhaften Hersteller von professionellem DJ-Equipment hochwertige Controller im Programm. Es gibt einige Produkte, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn du mit dem Laptop aufleben möchtest, brauchst du natürlich eine DJ-Mix-Software und eine externe Soundkarte. Eine externe Soundkarte mit mindestens 4 Stereo- oder 8 Mono-Ausgängen bzw. einen Controller. Typisches Laptop-DJ-Setup. Ein leistungsfähiges Notebook, egal ob Mac oder Windows-Rechner. DJ-Software, externe Soundkarte oder Controller. Der Markt für Hardware ist mittlerweile sehr unübersichtlich geworden. Ich kann und möchte keine Empfehlung aussprechen, was ich im Kapitel Equipment ja schon erläutert habe. Software. Im Software-Bereich gibt es eine Vielzahl guter Programme. Das Erfreuliche daran ist, es gibt sie auch als Free- bzw. Shareware. Profi-Software gibt es natürlich auch zum Profi-Preis, versteht sich. Aber die sind ihr Geld allemal wert. Folgende Programme haben sich bei Profi-Diss-Jockeys etabliert. Serato, Traktor, Virtual DJ, Reloop Spin, Cross DJ und BPM Studio, welches aber kaum noch verwendet wird. Gut und günstig für Einsteiger, Digital DJ von Magix oder der Gimini-Groove-Mixing-Software. Wenn du dich tiefer mit der Materie befassen möchtest, dann empfehle ich dir das Buch von Boris Alexander Pipiorca-Arndt. Digital DJing. Tipps, Tricks und Skills für Diss-Jockeys.